Willkommen zum zweiten Teil des Themas Konventionen. Und ja, was habe ich euch im ersten Teil erzählt? Ich habe euch auf jeden Fall schon mal erzählt, dass es um externe Konventionen geht, die von außen auf uns zukommen, wenn wir jetzt über solche Dinge sprechen. Und dass man Konventionen nicht einfach irgendwie entwickeln kann, sondern dass Konventionen da sind und man sich an vorhandene Konventionen hält. Und zumindest darum soll es jetzt hier gehen in diesem Video. Fangen wir also an mit der Konformität und schauen uns mal an, worauf bezieht sich denn die Konformität? Sie bezieht sich auf die Übereinstimmung mit bestehenden verallgemeinerbaren Konventionen, der positive Teil. Und dann haben wir einen negativen Teil, die Vermeidung typischer Fehler, die einer aufgabenkonformen Gestaltung entgegenstehen. Das heißt, wir kümmern uns nicht darum, wie gestalte ich aufgabenkonform, das wäre Aufgabenangemessenheit, aber weisen hin auf einige Probleme, also bestimmte Marotten, die man vielleicht hat, die immer der aufgabenkonformen Gestaltung entgegenstehen. Woher kommen Konventionen eigentlich? Da schauen wir uns drei große Bereiche an, nämlich die Bereiche Kultur, Aufgabe und Plattform. Kultur, also kulturelle Spezifika, Farben, worin tut man was, was sind Behälter, das ist unterschiedlich, haben wir schon mal drüber gesprochen, Folder gegen Leitsordner zum Beispiel, Leserichtungen, natürlich unterschiedlich, Leserichtungen in verschiedenen Sprachsystemen, Aufgaben, Reihenfolgen zum Beispiel, sind aufgabenabhängig, Anordnungen sind aufgabenabhängig, Fachbegriffe sind aufgabenabhängig, da so Aufgabenkonventionen und letztendlich Plattformkonformitäten, also Hersteller-Style-Guides, Look-and-Feel-Angaben, das ist wichtig im Bereich der Plattformkonformität und damit fangen wir gleich auch an, aber einmal noch ein Punkt unten drunter, was ist mit Organisationen? Es gibt doch auch sowas wie Corporate Identity, Branchen-Spezifika oder sowas. Sollten wir da nicht auch Konventionen zu machen? Ja, und es gibt natürlich auch Konventionen, aber die stecken so ein bisschen zwischen zwei dieser Dinge, die stecken so ein bisschen zwischen der Aufgabe und der Kultur oder man könnte auch sagen, Organisationskonventionen sind quasi Subkulturen, also Konventionen von Subkulturen, von Unterkulturen. Und deswegen besprechen wir die nicht extra, aber viele der Dinge, die hier vorkommen, wie kulturelle Konventionen, Aufgabenkonventionen und Plattformkonventionen, sind natürlich auch auf der Organisationsebene wichtig und sollten da besprochen werden. Fangen wir an mit der Plattformkonformität. Und bei der Plattformkonformität ist es nun so, dass es für alle gängigen Betriebssysteme Richtlinien zur konformen Gestaltung gibt. Ich habe hier nur mal ein bisschen aufgelistet, also von Apple gibt es sogar gleich drei verschiedene. Von IBM gibt es welche, sind ein bisschen älter. Microsoft hat mindestens zwei verschiedene, nämlich das Modern UI und das klassische UI. Und dann gibt es noch weitere Hersteller, die jeweils solche Konventionen herausgeben. Die kann man sich im Internet angucken, heute meistens auf Websites einfach angucken. Da kann man sie sich häufig sogar vorführen lassen. Bei Microsoft ist das Interessante, es gibt da so eine Software, die man herunterladen kann, wo alle User Interface Elemente in ihrer Nutzung auch vorgestellt werden und man sie ausprobieren kann. Das ist natürlich interessanter und teilweise auch verständlicher, als das Ganze als Text zu lesen. Dieser ganze Bedarf nach Vereinheitlichung kam auf mit dem Apple Macintosh im Prinzip, beziehungsweise es war so, dass es beim Apple Macintosh eine solche Vereinheitlichung gab. Apple hat halt sehr Wert darauf gelegt, dass es ein Apple User Interface gibt und eine Art und Weise, wie Macintosh Anwendungen funktionieren. Und hat dann diese Regeln entsprechend rausgegeben. Die konnte man als Buch kaufen. Auf anderen Systemen war das in der Regel noch anders. Also wenn man zum Beispiel ein MS-DOS-System nutzte, dann hat man verschiedenste Software gehabt. Zum Beispiel hat man so ein Word genutzt wie hier und das hatte dann diese Art von Nutzungsschnittstelle mit diesem Kommandoband da unten und zwei Fenstern da oben. Wenn man aber Lotus 1, 2, 3 kaufte, von Lotus halt, dann war das anders. Das hatte ein anderes User Interface Paradigma. Und viele verschiedene Softwareprodukte von verschiedenen Herstellern hatten verschiedene User Interface Paradigmen. Teilweise war es innerhalb eines Herstellers gleich. Also Microsoft hat zum Beispiel dieses Paradigma hier über viel Software verwendet. Aber teilweise war es selbst innerhalb der Hersteller ungleich, dass das gemacht wurde. Und darauf wollte man natürlich reagieren. Und IBM hat darauf reagiert als erstes mit dem Common User Access, mit der CUA-Spezifikation. Und diese Spezifikation ist heute noch Grundlage ganz vieler der Konventionen, die wir kennen. Also vieler MS-DOS-Anwendungen, die da kamen. Dann des Betriebssystems OS2, was ja Microsoft zusammen mit IBM entwickelt hat. Und darüber sind diese ganzen Sachen auch in Windows hineingekommen. Und wir haben sie teilweise heute noch. Also zum Beispiel, dass wir die Button-Bedienung per Tastatur machen, indem wir die Alt-Taste drücken und dann auf einen dort unterstrichen dargestellten Buchstaben drücken. Das ist eine Konvention, die damals aufkam und die in Windows bis vor kurzem immer noch üblich war und in, sagen wir mal, den klassischen Win32-Anwendungen auch heute noch so ist. Dass man F1 drückt, um die Hilfe aufzurufen, ist auch eine Konvention, die heute noch gilt. Dass man die Tabulator-Taste drückt, um von einem Feld zum anderen zu springen, ist auch eine Konvention, die damals dort so festgelegt wurde. Und das ist eine Konvention. Denn hat das irgendeinen Sinn? Hat Tabulator etwas mit Springen aufs nächste Feld zu tun? Nur ganz bedingt. Tabulator ist ja eigentlich, dass ich in eine bestimmte Stelle auf einer Textseite springe. Aber das ist ja nicht das nächste Eingabefeld. Und Tabulator zum Durchlaufen von Buttons und so, das ist zumindest mal eine Übertragung. Man könnte auch ganz andere Tasten dafür nehmen. Man könnte eine der Funktionstasten nehmen, man könnte Bild auf, Bild unten nehmen. Alles Mögliche wäre möglich. Aber hier wurde einmal festgelegt, die Tabulator-Taste macht das. Und heute ist das immer noch der Standard, dass man das mit der Tabulator-Taste macht. Diese Hersteller-Guidelines sind also durchaus wichtig. Und vor allen Dingen, wenn ich für einen bestimmten Hersteller programmiere, also für Windows programmiere, für Mac OS programmiere, für iOS, für Android, dann ist es wichtig, dass ich mich an diese Vorgaben auch halte. Es sei denn, ich habe einen wirklich guten Grund, mich nicht daran zu halten. Der Zweck von diesen Hersteller-Guidelines ist nicht Usability und ist auch nicht Ergonomie im engeren Sinne, sondern ist eine einheitliche, eine vereinheitliche und ein einheitliches Look and Feel herzustellen. Und das bedeutet, dass diese Regeln nicht begründet sind. Oder manchmal sind sie begründet, aber sie sind dann oft nicht gut begründet. Also die Begründung für die Begründung ist nicht gut. Und das ist auch nicht der Zweck des Ganzen, sondern es soll einfach eine Einheit herstellen, eine Gleichheit herstellen an dieser Stelle. Es ersetzt also in keinem Falle so eine Vorlesung wie diese und auch kein Buch über Gebrauchstauglichkeit an dieser Stelle. Trotzdem ist es wichtig, diese Hersteller-Vorgaben zu kennen, mal durchzulesen, vor allen Dingen für die Betriebssysteme, für die man, oder Zählplattformen könnte man vielleicht besser sagen, für die man gestalten will. Ich will natürlich nicht in dieser Vorlesung diese Dinge alle besprechen. Das führt ja unglaublich weit. Aber ein paar interessante Punkte gibt es tatsächlich dazu über diese User Interface Guidelines, über manche interessante Aspekte in ihnen, auch über manche Inkonsistenzen in ihnen. Aber das möchte ich nicht in diesem Video machen, sondern dazu mache ich noch ein Zusatzvideo, das ihr euch optional angucken könnt, wenn euch das Thema interessiert. Und überspringe das an dieser Stelle, denn Zusammenhänge darstellen kann ich es ohnehin nicht. Aber man sieht, wenn man sich das Video dann anguckt, gut, wo Vor- und Nachteile der Guidelines sind. Wichtig ist aber die Konsequenz, die wir daraus ziehen. Das heißt, wir sollten uns an diese Guidelines halten, wenn wir für so eine Plattform entwickeln. Und was ist, wenn die Vorgaben unergonomisch sind? Dann müssen wir wieder die Abwägung treffen, wie bei der Tastatur. Das heißt, man muss gucken, ist es eine Abweichung, durch die neue erzwungene Sequenzialitäten entstehen können? Das ist meistens der Fall, wenn es um Änderungen im Verhalten geht, wenn also die Buttons sich nicht gleich verhalten, wenn Drag & Drop nicht auf die gleiche Art und Weise passiert, wenn die Menüart und Weise in dieser Software ganz anders ist. Das ist etwas, dann geht man gegen eine Konvention und sorgt für größere Irritationen mit hoher Wahrscheinlichkeit und sollte sich überlegen, ob man das wirklich machen will. Man sollte dann vielleicht eher davon absehen. Wenn wir Änderungen rein in der Optik haben, dass zum Beispiel ein Button anders dargestellt wird, weil wir meinen, wir müssten plastischer sein oder wir ändern das Farbschema aus irgendeinem Grunde oder finden, wir haben einen besseren Eikensatz, dann ist das Problem in der Regel geringer. Das heißt, da könnte man eher schon mal Abweichungen machen, aber nicht darin, wie das Ganze funktioniert. Dann muss man einen wirklich sehr, sehr guten Grund haben, das zu machen. Ich zeige euch mal, was dann passieren kann. Wir haben hier eine Unterscheidung von einer Abweichung von der Plattformkonformität. Und wenn wir die machen, dann ist wichtig, dass wir das kenntlich machen. Und hier ist das nicht der Fall. Schaut euch das an. Ich habe drei Programme. In allen drei Programmen hatte ich jetzt mehrere Dokumente geöffnet und dann auf Schließen gedrückt. Und ich kriege dreimal, zumindest auf den ersten Blick, die gleiche Meldung, nur für drei verschiedene Programme. Nur schaut euch mal drauf an, was auf diesen Buttons steht. Es geht ja hier darum, dass ich die Möglichkeit haben soll, diese Änderungen abzuspeichern, wenn ich sie noch nicht abgespeichert habe. Und jetzt schaut mal. Auf den oberen beiden steht auf dem linkesten Button jeweils Sichern und Beenden und bei Word steht da Änderungen verwerfen. Microsoft mag einen Grund dafür haben, dass sie das anders machen. Ich kenne ihn nicht. Es mag aber einen guten Grund geben. Nur wenn, dann sollte man auf keinen Fall diese Meldung genauso gestalten wie die anderen. Also dann hätten sie bei Microsoft hingehen sollen und hätten eine ganz anders gestaltete Meldung machen müssen oder sollen, damit man das merkt, damit man merkt, ach, das ist nicht das Gleiche, was ich sonst immer habe. Denn sonst ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mir von anderen Programmen angewöhnt habe, ich muss immer den linkesten Knopf drücken, denn damit speichere ich alles ab und das will ich ja immer. Könnte sein. Und ich drücke da drauf und verwerfe die Dinge und habe mich selbst dafür entschieden. Aber ich habe es nie gelesen und ich bin hier gegen die Konvention vorgegangen bei der Gestaltung. Das ist schlecht an dieser Stelle. Das hätte man nicht machen sollen. Man hätte dann wirklich ganz was Eigenes machen sollen. Gehen wir weiter zum nächsten Bereich nach der Plattformkonformität. Die Aufgabenkonformität. Wie können wir konform zur Aufgabe sein und zur Arbeitsaufgabe? Das kann viele Aspekte betreffen, zum Beispiel die Art und Kombination von Funktionen, die Bearbeitungsreihenfolgen, die Häufigkeit der Nutzung, die man entsprechend berücksichtigen kann. Terminologie ist natürlich ganz wichtig. Farbauswahl, Farbcodierung. Das kann alles aus dem Bereich der Aufgabe kommen. Das ist aber alles etwas, was wir eher im Bereich der Gebrauchstauglichkeit sehen, dass wir solche Untersuchungen machen und dann entsprechend umsetzen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen, die wir geben könnten für Dinge, die man vermeiden sollte. Und dafür zeige ich euch nochmal und wirklich versprochen zum letzten Mal diesen Parkautomaten. Ich glaube, das dritte Mal, dass er vorkommt. Der Parkautomat hier in Paderborn am Massbahnplatz. Und jetzt schaut euch darauf mal an, in welcher Reihenfolge die Elemente darauf erscheinen, beziehungsweise in welcher Reihenfolge man die Dinge betätigen muss, wenn man sie betätigen muss. Das hat hier offensichtlich Gründe, die mit den Interner des Automaten zusammenhängen, aber offensichtlich nicht mit der Reihenfolge, wie man sie abarbeitet, wenn man sie abarbeiten muss. Dann schaut euch das mal an, hier in groß und jetzt wird eingezeichnet, in welcher Reihenfolge ich auf die Sachen drücken muss. Und dann sehe ich ja gut, als erstes Tagesticket oder halt nicht. Dann oben eine Karte reinstecken, dann Plus oder Minus drücken, dann auf das Display da oben gucken, dann unten auf den grünen Knopf drücken und dann kommt da Durcheinander. Ihr seht, es ist Durcheinander. Wir haben schon häufig mal so ein Durcheinander auf diesen Automaten gezeichnet. Die Dinge entsprechen nicht der Reihenfolge der Bearbeitung, sondern sie entsprechen offensichtlich einer anderen Reihenfolge, die aber nicht Aufgaben angemessen ist. So eine interne Reihenfolge technischer Gruppierung ist in vielen Fällen nicht der Aufgabe angemessen. Und man könnte jetzt, und ich ignoriere jetzt einfach die ganzen physikalischen Gegebenheiten im Hintergrund, tue einfach so, als wäre das ein grafisches User Interface. Und dann könnte ich sowas hier zum Beispiel machen. Ich blocke das einfach und sage jetzt, erste Schritt, Tageskarte oder nicht. Zweiter Schritt, bezahlen. Und da fange ich an, oben und unten. Das heißt, oben mache ich die Eingaben für wie viel und unten kann ich abbrechen oder es kann der Rückknopf sein, also dass ich was wieder rauskriege. Und dann als letztes Parkschein anfordern. Ich habe also drei Blöcke, drei Schritte. Eins, zwei, drei. Jetzt ist es so, das habe ich mir sagen lassen, dass man diesen ersten Schritt gar nicht braucht. Denn man braucht gar nicht unbedingt diesen Knopf für Tagesticket, sondern man könnte sich das sparen und kann einfach entsprechend viel Geld einstecken oder auf das entsprechend hochstecken und dann sagt der automatisch Tagesticket dazu. Das heißt, hier hätten wir sogar noch eine Optimierung im Ablauf. Aber trotz alledem kann ich so sagen, dieser Schritt, dieser Schritt, dieser Schritt. Sowas wurde umgesetzt zum Beispiel in der Software Koala. Was ist Koala? Koala ist der Vorgänger von Panda. Das hilft jetzt Außenstehenden gar nichts. Panda ist Moodle, also eine Lehr-Lern-Plattform. Und die Uni Paderborn hatte längere Zeit da eine eigene Entwicklung mit dem Namen Koala. Und die wurde bis vor ein paar Jahren benutzt. Und da gab es unter anderem eine Prüfungsorganisation drin. Und die Prüfungsorganisation haben wir genau so gestaltet damals. Ich sage wir, weil die Entwicklung tatsächlich an meinem damaligen Lehrstuhl ablief von dieser Prüfungsorganisation. Und was sehen wir hier? Wir haben hier Blöcke drin. Und wir sind bei der Prüfungsorganisation da entlang gelaufen, in welcher Phase der Prüfungsorganisation ich mich eigentlich befinde. Das heißt, ich habe etwas vor der Prüfung. Da muss ich mich um Räume und all solche Dinge kümmern. Für die Prüfung muss ich Listen und sowas ausdrücken können. Nach der Korrektur muss ich die Bonuspunkte verrechnen und Punkte eingeben können und solche Dinge. Und eine Liste davon vielleicht machen. Und nach der ganzen Prüfung muss ich das Ganze exportieren können, damit ich das zum Beispiel ans Prüfungssekretariat schicken kann. Damit es in Paul entsprechend importiert werden kann. Das ist wiederum das System, wo bei uns die Noten drin verwaltet werden. Für alle Außenstehenden, die das vielleicht jetzt sehen werden. Aber dieses ist genau dieser Ablauf, die Anordnung der Elemente nach der Bearbeitungsreihenfolge. Das ist eine gute Technik. Die kann man sich mal merken. Denn häufig wird es anders gemacht. Häufig wird gesagt, alles was den Raum betrifft, packe ich zusammen. Alles was die Studenten betrifft, packe ich zusammen. Ich mache dann also eine Clustering nach Datenklasse. Das kann auch manchmal sinnvoll sein. Aber es ist nicht sehr hilfreich, wenn ich so einen langlaufenden Prozess habe. Da ist diese Darstellung wahrscheinlich sinnvoller. Ein ganz anderer wichtiger Aspekt der Aufgabenangemessenheit ist der der Sprache. Und da muss man sich dann der Sprache des Aufgabenbereichs anpassen. Das ist aber wiederum was, was man untersuchen muss. Was sind da für Worte beüblich und wie wird da gesprochen. Es gibt aber ein paar Regeln, die kann man allgemein sagen. Wenn ich mich daran nicht halte, bin ich eigentlich nie Aufgabenangemessen. Das sind zunächst einmal so Dinge wie direkte Sprache zu verwenden. Also keine negativen oder sogar doppelt negativen Aussagen. Also wollen Sie Ihre Arbeit wirklich nicht verwerfen, sollte man nicht fragen. Das versteht man ja kaum. Und wie muss ich denn darauf antworten? Was bedeutet denn dann ein Ja und ein Nein? Gut, ich sollte konkrete Knöpfe verwenden. Aber man sollte es generell vermeiden, solche Doppelverneinungen. Aus einer Mediensteuerung bei uns an der Uni kenne ich zum Beispiel dieses hier. Da steht Picture Mute ist aus. Und ich habe mich dann jedes Mal gefragt, was bedeutet das eigentlich? Die Funktion diente dazu, dass man einen Beamer schwarz schalten konnte, ohne ihn ausschalten zu müssen. Wenn man nur mal zwischendurch den Beamer nicht braucht, damit man den nicht ständig ein- und ausschaltet, kann man dann auf schwarz schalten. Und das nannten die Picture Mute. Aber Picture Mute ist schon so eine negative Aussage, ist schon nicht anzeigen eigentlich drin. Und das Picture Mute ist aus, das heißt also, es wird gerade was angezeigt. Aber das ist kompliziert. Da könnte ich eher Schwarzbild, ja, nein, machen. Das würde viel besser funktionieren an dieser Stelle. Man sollte keine zu langen Sätze verwenden, gerade für uns Wissenschaftler eine schwierige Aufgabe, das nicht zu tun. Und auch keine Konjunktivkonstruktion. Man hätte, könnte, wäre, sei, habe, schwierig immer. Wenn es möglich ist, sollte man das im User Interface nicht machen. Da sollte man klare, direkte Aussagen machen. Natürlich kein falsches Deutsch deswegen verwenden, aber sich ein bisschen zurücknehmen, was solch komplizierte Konstruktionen angeht. Viel wichtiger finde ich aber, dass man technische Begriffe und Nerdsprache vermeidet. Was meine ich denn jetzt damit? Ja, es gibt Begriffe, die sind im Informatikumfeld bekannt oder zumindest meinen wir Informatiker, zu wissen, was wir damit meinen. Aber außerhalb dessen sind sie teilweise unbekannt oder werden ganz uneinheitlich verwendet und die Leute meinen was anderes damit. Also der Begriff Datei zum Beispiel, wenn wir den als Informatiker verwenden, dann wissen wir üblicherweise, was wir damit meinen. Nämlich das, was eine iNode in einem Dateisystem hat. Wobei dann auch Dinge als Dateien erscheinen, die nicht unbedingt Dateien sind. Aber sagen wir mal, so Pi mal Daumen stimmt das. Das ist eine Datei. Aber andere Leute verwenden den Begriff Datei auch mal anders. Ich habe letztens noch ein YouTube-Video gesehen. Da ging es um ein Autohaus, eine Werkstatt war es. Und die hatten eine Datenbank. Und in der Datenbank hatten sie für jeden Kunden so ein Blatt angelegt. Einen Datensatz, würde man sagen. Und da wurde jeder dieser Datensätze Datei genannt. Ist das jetzt richtig falsch oder ein bisschen richtig? Schwer zu sagen, aber der Begriff wird halt nicht ganz einheitlich verwendet. Also Datei, Daten sind Begriffe, die uneinheitlich verwendet werden. Verwendet doch besser konkrete Begriffe anstatt sowas wie Datei und Daten. Sagt doch Textdokument oder Kontaktinformationen und nicht solche so generische Technikbegriffe. Englische Ausdrücke wie sowas wie Backup, Viewer, Shell sollte man möglichst übersetzen in Sicherung, Betrachter, Eingabe, Aufforderung oder was immer man da für einen passenden Begriff verwendet. Bei Shell wäre ich vielleicht sogar noch dabei, dass man das verwenden kann. Denn es ist ohnehin so eine Art Expertenzugang, wenn man so möchte. Dann gibt es viele Begriffe, die in der IT eine eigene Bedeutung haben, die außerhalb eine andere haben. Zum Beispiel Zertifikat. Ein Zertifikat als etwas in dem Bereich der Verschlüsselung jetzt. Zertifikate außerhalb zertifizieren einen eher, dass man etwas geschafft hat. Also ihr habt diesen Kurs erfolgreich abgeschlossen, ich gebe euch ein Zertifikat dafür. Das Wort Konto wird komisch verwendet im Bereich der Informatik. Konto ist eigentlich das, wo ich mein Geld drauf habe. Und wenn dann irgendwo steht, bitte geben Sie Ihre Kontoinformationen ein, dann kann das Leute irritieren. Da sollte man einen anderen Begriff verwenden. Also im Zweifelsfalle Benutzername und Passwort oder Zugangsdaten oder sowas. Der Begriff Prozess, Prozesse braucht man, wenn man mit den Kontodaten von jemand anderem Schindluder getrieben hat. Also Prozess hat was von Gerichtsprozess oder von Abläufen vielleicht noch. Je nachdem aus welchem Kontext man so kommt. Aber der technische Begriff des Prozesses, also eines laufenden Programms, so Pi mal Daumen, ist unüblich. Der Begriff Routine für Algorithmus oder für abzuarbeitende Handlungsfolgen ist auch nicht besonders verbreitet. Routine ist eher etwas, was man hat oder was man nicht hat. Also das sind alles Begriffe, die gilt es zu vermeiden, wenn man sie vermeiden kann. Schön sind Begriffe, da amüsiere ich mich immer drüber, wenn man sowas wie standardmäßig sagt oder per Default. Meiner Meinung nach identifiziert man sich sofort als Informatiker oder als Nerd oder als beides, wenn man Begriffe wie standardmäßig verwendet. Also wenn einer in der Mensa sagt, die Spaghetti kommen standardmäßig mit Bolognese-Soße, dann kann das nur ein Informatiker sein. Kein Mensch redet sonst so. Diese Begriffe sind komisch. Also irgendwie weiß ich gar nicht, warum man das sagt, warum man nicht sagt üblicherweise oder normalerweise oder eigentlich immer. Jetzt kein schöner Ausdruck, aber besser als standardmäßig oder per Default. Dann gibt es ganz komische Metaphern in der Informatik, wie Child died. Das sehen wir gleich nochmal auf einem Beispiel, Child died. Da ist wieder sowas Internes nach außen gekommen, also sowas wie Prozesse, Kinderprozesse aus der Informatik. Das ist dann Child Process, das ist zu Child abgekürzt und der died, um Gottes Willen. Was sollen die Leute denken? Und dann gibt es noch so wirklich lustige Sachen, mit denen ich immer irgendwelche Anekdoten verbinde. Datenträger auswerfen, erinnere ich mich an meiner ehemaligen Schule, hat ein Mitschüler von mir einen Vortrag gehalten, eine Einführung in die Computerbenutzung für interessierte Lehrer. Und da spielte ein USB-Stick eine Rolle und der USB-Stick wurde bei den Rechnern damals, ältere Rechner, auch länger her schon, hinten an den Rechner eingesteckt. Also hat er am Lehrerrechner hinten was eingesteckt und die Lehrer, die dahinter in den Reihen saßen, die guckten natürlich dann auf diesen USB-Stick. Und dann sagte er, wir müssen jetzt den Datenträger auswerfen. Und so prompt machte einer der Lehrer so eine Bewegung zur Seite, weil er befürchtete, dass dann dieser Datenträger mit großer Geschwindigkeit rausgeworfen wird und ihn trifft. Datenträger auswerfen war vielleicht bei CDs die richtige Ausdrucksweise, ist es heute aber nicht mehr. Aber irgendwie hat sich das gehalten. Ich finde dann übrigens Mount und Unmount die technischen Begriffe für Einbauen und Ausbauen oder Reinmontieren und Rausmontieren auch nicht besser. Also man braucht einen vernünftigeren Begriff dafür, für das, was man dann da tut. Gut, die Datei ist korrupt, ist eine falsche Übersetzung. Liest man manchmal oder irgendwas ist korrupt, die Daten sind korrupt. Wenn man im Deutschen sagt, die Daten sind korrupt, dann sind das offensichtlich Mitglieder der Mafia und die haben es irgendwie auf unser Geld abgesehen oder sowas. Im Englischen kann das Wort corrupt fehlgeformt oder kaputt bedeuten, aber im Deutschen nicht. Das heißt, die Datei ist korrupt, ist einfach eine falsche Übersetzung. Und dann das Schönste eigentlich, der unerwartete Fehler. Ein guter Freund von mir macht sich immer drüber lustig, für den bin ich sowieso immer verantwortlich für alle Schlechtheiten der Informatik. Immer wenn sein Computer nicht funktioniert, bin ich persönlich dafür verantwortlich. Recht, damit kann ich mittlerweile leben. Aber, naja, hier hat er nicht Unrecht. Denn wenn irgendwo in einer Fehlermeldung steht, unerwarteter Fehler, ja dann sagt er zu mir, seid ihr Informatiker eigentlich bescheuert? Erwartet ihr eure Fehler? Macht die Fehler gefälligst raus. Ja, sicher, klar. Wieso gibt es unerwartete Fehler? Ja, es gibt unerwartete Fehler, aber auch hier ist eigentlich der Begriff falsch. Denn worum es ja eigentlich geht, ist eine Fehlerbehandlung, eine Ausnahmebehandlung ist das ja eigentlich. Eine Exception, also ein Exception Handling. Und das macht man ja in der Programmierung, das wissen die meisten von euch sicher, dass man programmiert und den Standardfall programmiert und dann ein Exception Handling macht. Zum Beispiel, man möchte auf eine Datei zugreifen, die per Dateinamen angegeben wird. Und dann programmiert man, was man mit der Datei halt machen möchte. Zum Beispiel Anzeigen. Und dann programmiert man ein Exception Handling. Was passiert, wenn diese Datei nicht lesbar ist? Dass man dann eine Meldung ausgibt, diese Datei ist nicht lesbar, sie haben nicht die passenden Zugriffsrechte. Das ist Exception Handling. Und viele dieser Exceptions gibt es und die sieht man vor. Und dann baut man häufig sowas ein für solche Exceptions, an die man selber nicht gedacht hat. Wo irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Oder manchmal macht man es auch, weil das, was dann passiert, so unwahrscheinlich ist. Und dann sagt man ja, dann kommt ein Fehler, der irgendwie nicht behandelt wurde. Und dann gibt man aus unerwarteter Fehler. Erstmal sollte man das nicht machen. Und zum Zweiten ist die Ausdrucksweise doof. Unerwarteter Fehler. Denn es ist einfach nicht wahr. Und die Leute denken, wir wären alle bescheuert. Also unerwarteter Fehler sollte bei euch möglichst nicht vorkommen. Diese Sachen haben häufig damit zu tun, oder eigentlich alle damit zu tun, dass halt Informatiker-Slang ins User-Interface hineingeraten ist. Und das sollte man doch tunlichst vermeiden. Ich zeige euch noch drei schöne Beispiele, die ich immer wieder schön finde. Und da gibt es haufenweise, da gibt es Webseiten, die sowas sammeln. Diese sind mir jetzt alle sogar tatsächlich untergekommen, bis auf die rechteste. Die habe ich aus so einer Sammlung. Das eine ist das Windows-Update in Windows 10. Und da ist irgendwas passiert. Ich verstehe auch nicht, was da passiert ist. Da steht in der Fehlermeldung, die Gruppe oder Ressource haben für diesen Vorgang nicht den richtigen Zustand. Keine Ahnung. Aber was ist eine Gruppe? Was ist eine Ressource? Wo ist ein Zustand? Wo kommt das überhaupt her? Was ist der Runtime-Broker? Aber diese Fehlermeldung ist von den Programmierern für die Programmierer. Mir sagt sie nichts. Unten links, die Meldung hatten wir schon mal. Die Syntax für den Seitenbereich ist ungültig. So ein Begriff wie Syntax, der ist doch nicht verständlich. Den versteht doch höchstens noch ein Informatiker oder vielleicht noch ein Semiotiker. Die reden auch gerne über Syntax und über Semantik. Aber so, das gehört doch nicht dahin. Unten rechts haben wir das typische Child-Died. Und das Schöne ist, da ist offensichtlich noch irgendwas Object-Oriented, was für immer das ist. Und dann steht vor Child-Died hier auch noch Ups. Also, wie sowas zustande kommen kann und warum diesen Fehler nie jemand mal sieht, verstehe ich nicht. Es geht aber auf jeden Fall darum, solche Begrifflichkeiten der Interne, des Informatikerslangs oder aus den Untiefen der Programmierung, die gehören nicht in die Nutzungsschnittstelle. Da muss man sich was anderes überlegen. So, wir machen im nächsten Video weiter mit kultureller, kulturellen Konventionen. Denn das ist auch natürlich eine sehr wichtige Sache, wo man sich dran halten muss, wo man aufpassen muss, dass man da nicht in Schwierigkeiten kommt. Und das ist auch nicht so, dass man da nicht in Schwierigkeiten kommt.